Und wir müssen auf ein Busunglück in Russland schauen. Bei einem Unfall in St. Petersburg kamen Medienberichten zufolge drei Menschen ums Leben, nachdem ein Bus mit etwa 20 Fahrgästen in den Fluss Moika gestürzt war. Ein von den Behörden veröffentlichtes Video zeigt, wie das außer Kontrolle geratene Fahrzeug auf einer Brücke in den Gegenverkehr gerät und damit zwei Autos zusammenstößt und anschließend durch den Zaun in das Gewässer stürzt. Derzeit laufen die Rettungsaktionen weiter. Wie russische Medien berichten, pumpen Rettungskräfte das Wasser aus dem überflühteten Bus und zogen so die eingeschlossenen Passagiere durch das Fenster heraus.